Jetzt aber zu den letzten drei Stücken. Das erste ist von Marcel Yvonne, es heißt Tissot Birat, ungefähr. Das bedeutet so viel wie Eintagsfliege und der Yvonne hat versucht, das kurze Leben dieser Eintagsfliege in einem Stück zu fassen. Danach von Ricardo Tova-Matthäus, André Ospel, er hat versucht, für diese Besetzung ein Chanson zu schreiben. Oder so etwas ähnliches wie ein Chanson. Und zum Schluss von Jungfang Yang, Emulsion, die beiden letzten Stücke sind für Pipa und Streichparte. Viel Vergnügen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik